Genug jedoch über ein Werk, das nicht gewährt ist sicher darüber noch ein länger zu beruhigen. Ich schenke was weiter so wohl gar ohne Unterdrücke. Also jetzt, da ich mein Manuskript in Europa wieder der Jesus bin, dass die öffentliche Meinung schon vorte Schritte gemacht hat, dass ich mich schämen müsste jetzt noch Angaben und Sachen zu widerlegen, welche Menschen von Geister und gutem Geschmack längst verworfen haben und die man noch in der Wunde der Nähren findet. Man konnte jedoch wie Leike sagen, ich hatte bei Zerstörung des unrichtigen Wirtes, dass sie jener ungenannte von dem Charakter Napoleon entworfen hatte dagegen, dass wir aufstellen sollen. Ich werde Mika aber wohl hüten dies zu tun, sondern Mika viel mehr benötigen, niederzuschreiben, was ich gesehen und gehört habe, werde erzählen, was ich aus seiner Unterhaltung weiß und sonst werde man nicht mehr verlangen. Donnerstag am Freitag am 13. Oktober in Dessen erhärten wir uns doch mit Gaufte Geduld und eine gelangte Verwunderung des Wetters unserem Ziel. Und wenn schon der eigentliche Passwinter nicht eintrat, zertrieben, zertrieben wir doch immer mehr nach unserer Stimmung hin, je weiter wir kommen, desto günstiger wird das Wetter. In der Liga hatten wir wohl kaum einen guten Wind, aber das geschah erst 24 Stunden vor unserer Ankunft. Sonnabend am 14. Oktober. Man reknete noch an diesen Tage, Sankte Helena. So erblickend der Admiral hatte es uns, so verkundete kaum während wir von der Tafel aufgestellten. Also man dann rufte der Moment. Nachdem so es geschah, war nur eine Wetterstunde von dem Verschiedenen, den man woher angegeben hatte. Nichts beweist mehr die Fortschritte, die man in der Seaschrift fertig gemacht hatte. Also diese Art von Wunder. Nach welchem man einen einzelnen Punkt in dem I don't know what I did. You got this. Ok. Der großen Raum zu bestimmter Stunden erreite oder eintriffe der Kreise war auf dem Wörterteil, um das Land zu sehen und grauter als zu erblicken. Ich fragte gar nichts. Die ganze Nacht darüber blieb das Schiff beigelegt. Sonntag, den 15. Oktober. So wie es Tage war, da sah ich und die Mutter in den Saal. Und zwar sehr nahe schon. Ihr Umfang schien mir schon recht zu bedeuten, aber sie bekreinerte sich sehr näher. Wir kamen siebenzig Tage nachdem wir Engeln und hundert und zehn Tage nachdem wir Paris verlassen hatten. Wenn wir nun gegen Mittag, dort der Anker, jetzt der Reich der Erdengründe. Und das ist der erste Ring in der Welt der neuen Frau. Mit ihr in seinen Felschen schmiedet eine große Menge von Schiffen. Wenn wir unser Eskrater weg wollen und abgekommen wären. Oder die wir als so langsam Segler hinter uns gelassen hatten, wären schon eingelaufen. Sie wären schon seit mehreren Tagen angekommen und es ist dies ein Weißmeer von der großen Unsicherheit der Berechnungen auf dem Meer. Der Kaiser sorgte sich gegen seine Gewohnheit seitlich an und kam auf dem Vorderhall. Um das Ufer in der Nähe zu sehen. Man bemerkte eine Art von Stadt, die in ungeheuer oder unkahler Felschenmassen eingeschränkt ist, welche sich bis in die Wolken erheben. Jeder Oberfläche, jede Hoffnung, jeder Spitz war mit Kanonen bekannt. Der Kreise überliefe das Ganze mit seinem Augenglas. Ich stand ihm zur Seite und betrachtete unaufhörlich seine Gesichter. Wenn ich den geringsten Eindruck konnte, ich darauf wahrnehmen und dachte, war es wohl nun an. Vielleicht auf ewig sein Kirche. Vielleicht selbst sein Grabe. Was blieb nun mir zu fühlen oder so sagenvoll übrig. Bald darauf ging der Kaiser auf sein Zimmer, ließ mich rufen und erweiterte mit mir wie gewöhnlich. Der Admiral, welcher schulseitig aus dem Land gegangen war, kam um sechs Euro. Ganz ermutigt zurück, er hatte alles in den Augenschein genommen und glaubte, es war etwas Passendes gefunden zu haben. Allein es wären Herstellungen nötig, die wir ungefähr zwei Monate aufhalten konnten. Drei Monate hatten wir schon in unseren rotzernen Gefängnissen zu brachten. Und gleich, wo wir lenkten, die Instruktionen der Minister, dass wir so lange darin nur zurückgehalten werden sollten, bis unser Haftzulande in Ordnung sein würde. Der Admiral, man muss er in Gerechtigkeit widerfahren lassen. Dann hielt sich eine solche Warnerei nicht für fähig. Er kurz stiegte und vielmehr mit einem gewissen, unwirkenbaren inneren Wohlbehagen an, dass er es auf sich nehmen und morgen des Tages aufzuschiffen.